Fahrschule Rettig, eine der größten Fahrschulgruppen Deutschlands. Ob Auto, Motorrad, Lkw oder Bus, bei den Profis der Fahrschule Rettig sind sie richtig. Schnell zum Führerschein? Bei der Fahrschule Rettig kein Problem. Top-Ausbildung in zwei Wochen möglich durch täglichen theoretischen und praktischen Unterricht. Oder suchen sie einen kompetenten und zertifizierten Partner für die Berufskraftfahrerausbildung Lkw oder Bus? Auch hier ist das Fahrlehrer- und Dozententeam der Rettig-Gruppe ihre erste Wahl. Sie haben einen Bildungsgutschein? Wir haben die nötige Qualifizierung und bilden sie gerne aus. Auch in ihrer Nähe, in 15 Standorten in NRW und Rheinland-Pfalz. Neugierig geworden? Dann nichts wie los. Wir freuen uns auf Sie. Fahrschule Rettig, Ihre Nummer 1 für den Führerschein. Hochschulpräsident Hartmund Ine hat in der forschungsaffinen Umgebung des Chemietechnikums im Hauptgebäude über die Weiterentwicklung der HBRS mit besonderem Blick auf den Campus Rheinbach gesprochen. Danach kamen Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises und Rheinbachs Bürgermeister Stefan Retz zu Wort. Danach folgte eine Besichtigung des Neubaus, der zum Wintersemester 2017-2018 bezogen wurde. Speis und Trank, luden zu Gesprächen und zum Ideenaustausch ein. Also zu unserem Neubau kann ich folgendes sagen. Wir haben im Juni 2016 die Grundsteinlegung, das Richtfest der Grundsteinlegung gefeiert und sind im September 2017 mit dem Gebäude fertig geworden. Das Gebäude hat eine ungefähre Nutzfläche von 2200 Quadratmetern und hier untergebracht sind der Fachbereich Wirtschaft, das IDT und es sind Räumlichkeiten für das ZAF, fürs Zentrum für angewandte Forschung eingerichtet worden. Der Neubau steht im Zusammenhang mit der kompletten Hochschulentwicklung und wir haben dadurch den Entwicklungsstand für die Hochschule des Jahres 2010 erfolgreich bauen können.